Ach die Kämmer, glaub ich. Ist schon etwas besser. Oh, du kannst sogar Modus einstellen, ne? Oh, die Händchen waren. Ich werde eure Augen sein. North... ...Mounded Hughes... ...Support... 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 ...Wir steht denn das mit dem? In der Mitte. Die weiße Schrift. Ach so. Das sind ein Rounded Heroes. Naja, wahrscheinlich nicht so ein All-Rounder. Spellcaster... ...Support... ...Rounded. Ach so. Ich nehme mal den Mörser-Trupp. 5 Items. Schön, auf der anderen Seite kommen keiner Dings. Hä? Was ist denn das für eine Fähigkeit? Ich habe den von vorhin genommen. Ich habe eine Grundfähigkeit, wodurch ich nur 5 Inventarplätze habe. Ach so, stimmt ja. Oh, hier ist Wasser in der Mitte. Das ist ja witzig. Ich habe Alkohol. 2, 3... Ah, aber dafür greife ich... ...3 Gegner gleichzeitig an... ...Kettenreaktionen. Ah, nicht nur Kettenreaktionen, es springt auch wieder zurück. Das ist natürlich geil. Das sieht aus. Ach scheiße, ich bin blöd. Ja. Meine erste Fähigkeit habe ich schon verkackt, weil die ist nur gegen gegnerische Helden. Kommst du dich hier runter? Alter... Ich bahne mir den Weg hoch. Kannst du mir kurz auch mal den Weg hoch bahnen? Warte... Wenn du guckst, schaffst du es, wenn ich Level 3 bin. Sehr schön. So, das hier wollte ich dir nochmal mitgeben. Scheinbar brauchst du aber keine Rüste. Bisher geht's. Na ja, weil sie bisher nicht rankamen. Mich ärgert, dass ich den 1-G-Punkt verkackt habe. Dieser Kampf ist vorbei. Ja, dring dich entschneidert. Ist gemacht! Das ist so cool, deine Fähigkeit. Ja. Dafür gebe ich gerne einen Inventarplatz auf. Dann wird da ein bisschen eintragen. Ja, ein bisschen mehr, wirst du? Wir kommen nicht mal ran zu nehmen. Das war ein letzter Trank. Ja, brich nicht entschneidert. Oh, okay. Also, das war auch das ja noch nicht. Attack Rate und Movement Speed bei den Gegnern reduziert, die in der Nähe kommen. Oh, hier ist in der Mitte ein Shop. Ja. Ich meine, hier. Ich meine, hier bei 2818 gibt's 72 zur All-Star. Ich meine, hier bei 2818 gibt's 72 zur All-Star. Ich bin ganz 33 Attack Speed. Anduriel. Der eine Ring. Boots All-Star 280. Wie hier? Keine Ahnung, ich sehe die Preise nicht. Magic Resistence. Und starke Tränke und Mana. Ich habe keine tollen Fähigkeiten. Schau mal, wenn ich sie. Ja, das hilft ja. Rücken an Rücken. Mit niemanden anderen außer dir. Attack Rate 20%. Lass uns zurückgehen. So, welcher Shop war das? Aber ihr könnt's trotzdem in der Mitte noch verteidigen, würde ich sagen. Ich hol's schnell, was du euch kaufst. Und Tränkebrot. Ich gehöre mit. Was ist denn das, ein Ring, oder was? Ich hab auch genug Rüstung, um zu bestehen. Jetzt könnte ich auch noch einen Rüstung gebrauchen. Ah, verdammt. Kann man kurz durchgehen? Ich hab's nicht. Ja. Nein. 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 Ja, stimmt. Er verliert sich gut. Schon mal ne Steuereinheit aus unserem Turm machen. Ach, Holz kostet das ja alles. Ah, da laufen welche durch. Ich hab' beschworen. Beschwore doch mal oben rechts. Teleportieren. Und das Schild. So, was kostest du? Zwei Tauerein. Standortpreis. Das machen wir doch mit links. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Aber da weg. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Ich muss gehen. Ich komme. Halt. Immer mobil. Oh, halt doch ruhig. Oh, ich bin dran. Oh, die ist da. Das machen wir doch mit Wings. Zeigt uns ein Ziel. Wo wollt ihr uns haben? Hallo! Komm schon ein kurzer, denn tut auch nix. Das machen wir doch mit Wings. Aber Dali, wo wollt ihr uns haben? Komm schon ein kurzer, denn tut auch nix. Immer mobil. Ich hab dir gerade Schuhe gekauft. Ah ne, das sind die ja. Oh, und runter. Ich kann's noch nicht benutzen. Ich kann's noch nicht benutzen. Wie schaut das? Ich frage mich, mit wem er telefoniert. Ich habe ja eine Frauenstimme gehört, aber so laut wird sein Mikrofon der Folge sein. 37 Chance zum Ausreichen und 70% Chance für zweifache Schaden. Alter, wenn jetzt meine Fähigkeit fertig wäre. 33.000 hat er, naja Ich hab ein bisschen mehr Gleich geht's los Noch ein paar Sekunden Noch wenige Sekunden Warum? Komm Wir sind tot Und schon kurz Rett unterwegs Immer mobil Hallo Los geht Geht sogar, relativ kurze Abklingzeit Wieder zurück, alles klar Ja? Ja, wo warst du denn? Nein, ich hab mit dem Mutter erzählt, ich versuche den Mainz zu spielen Was mit deiner Mutter? Ja, ich kam kurz vorbei Hast du denn einen Schlüssel oder was? Ich hab mich schon gewundert, ich hab nämlich ne Frauenstimmung gehört Ey, meine Fähigkeit ist so übel, oder? Dieser Dingsstab Achso, das ist... Oh Gott, wir ankommen, wir lassen uns zurückgehen Ach, passt schon Ich hab mir einmal diese... Für 5.000 glaube ich die Listung gekauft Ich hab mir einmal diese... Ich konnte halt unterwegs sein Was hast du denn gekauft? Ich hab dir vorhin über 30.000 gegeben Ja, 33.000... Bloodthirst Damit kriegen wir Vampir-Horror Die nächsten... Ne, ne, ne Behalter Wie viel kostet denn das? Wo gibt's das? 65.000, ganz ganz links in dem Shop Oh Gott, ich hab 4.000 Alles klar Ein bisschen brauche ich nur Ah! Schade, die erste Reihe, warte ich... Ich renne mal durch Das könnte mein Tod sein Jetzt Was? Was ist das? Ja, aber es ist... Macht leider kein Splash-Damage Also es kommt... Es geht immer wellenweise dann noch voran Ich hab grad Zwelle wie Abda durchgekommen Ja, ich auch So Jetzt geb ich dir noch das Geld, was ich habe Und dann sind wir quitt Und du kannst dir die Fähigkeit bestimmt holen Ah, scheiße, ich werd über... umzingelt Ganz links Ganz links Platz links Vampir-Aura und ein bisschen Bonus-Damage Was ist jetzt los? Ah, die sich... Irgendwas stunt mich Ja, die Viecher Hast du Haku, dass die hochlaufen? Nee, die laufen doch noch eine Weile selber hoch Oder nicht Die ignorieren mich komplett deswegen So, als nächstes Was könnte ich hier noch gebrauchen? Überleben tue ich gerade ganz gut Den einen Ring... Achso, hast du das vorhin gehört? All die Sachen, die in dem Shop in der Mitte kosten Die... Holz Muss man kaufen für Geld Hm... Ich hab keine Ahnung, wie die Umrechnung ist Uko hat hier unten Die sind ja gleich alle geportet Ich hänge da schon an ein Vieh ewig rum Beschwören kann nicht wieder Ich auch Lass oben, die Runde hat gerade angefangen Oben rechts und ich oben links Dann geh ich rechts Habs jetzt beschworen Ja So, wie viel kostet der Arthos? Und zu V-170, nee Oh, ich kann meine Fähigkeit wieder machen Du stehst da Ja, wie gut, dass wir uns jetzt gemacht haben Ja Wie gut, dass meine Fähigkeit gerade wiederkommt Das scheitere ist, dass sie sich damit blockieren Schon zu Ende War trotzdem geil Wenn ich sehe, wie viel kippst du hast wie ich Was? Aber dann hält's ja gut aus Naja, ich hab mir auch einmal für 5.000 oder 8.000 glaube ich Diesen 30-Armor-Panzer geholt Unsere Viecher sind oben jetzt tot Also meine Meine auch Die Gegner kriegen schon Minus 50% Attack-Speed Durch meine Aura Und 20% Movement-Speed Aber bei mir kommt leider nichts mehr Meine Ultis hab ich alle Ich hab halt meine Fähigkeiten schon Machen wir als Plus erstmal Was, Plus? Was heißt das? Als Attributer Plus Achso, achso Ja, mach ich auch Ich hab schon Plus 240 Äh, Plus 8 Oder was auch immer Ne, Plus, ist egal Äh, 48 Ob alle Stats sind noch viel Ich hab's Plus 8 Die könnte schon Plus 9 haben Aber ich hab ja meine einen Fähigkeit noch nie verschwendet Ab's läuft, wir sind auf jeden Fall Dank meines Eisschilds sehr hartnäckig Und dank meiner Fähigkeit sterben ab und an auch ziemlich viele auf Einwohnen Ich geh schon mal nach vorne Ist aber gar kein Schaden mehr Ähm, willst du was kaufen? Du musst ja eh weder warten Und die sind auf mich noch fixiert Jetzt mach ich gleich, nach der Fähigkeit Dann geb ich dir schon mal mein Geld Ne, lass mal, oder? Das ist doch doof immer So kann nicht jeder im Wechsel gehen Ja, ist okay Killing fast enough Tomes lohnt sich, find ich nicht Bin ich denn? Ach da, ich bin verlangsamt Wo wollt ihr uns haben? Für 70.000 könnte ich einen Ring kaufen, der Plus 36 auf alle Stats macht Aber warte mal, das macht keinen Sinn Für 20.000 gibt's den, der Ich krieg wieder viel Schaden auf einmal Sogar sehr viel Ach so, scheiße, warum hab ich meine Rüstung nicht mehr Scheiße, was mach ich denn jetzt? Ich mach halt so schick, gib mir mal doch ein bisschen Geld Wie viel? Was hast du als Prämiertribut? Stärke? Ja Sag mir schnell wie viel 20.000 erstmal Keine Ahnung Keine Ahnung, das ist mir jetzt erstmal so reingefallen jetzt Was ist das? Es ist gemacht Komm schon, kurzer Seid unterwegs So in 200 Sekunden kann man wieder beschworen In 15 Sekunden oder so kann ich meine Fähigkeit wieder machen Oh Gott, die halten die aus Ja Unsere Krieger greifen den Feind an Jetzt wäre eine Unterstützungs-Helden auch geil gewesen, der Dingsen Ach so, das würde ich mir irgendwie geben, ja Ja, ein Ring Zeig uns ein Ziel Zack, danke Ach so, es lag auf dem Boden oder was? Ja, genau, weil ich voll war So, es ist schön, die größer der Ring ist, desto mehr Leute treffe ich gleichzeitig Hm, Attack-Speed haben wir auch rasend, das sollte sich nicht mal lohnen, Arthurs zu beschwören Ne Minus 60 Prozent Aber wir haben noch 94 Leben Naja, das kann ruckzuck gehen Das Problem ist, dass wir jetzt erstmal überall Ferngämpfer sind Die weißen Yeti-Viecher Die hatten auch wieder so einen Stun gehabt, glaube ich Oh, jetzt fahren wir hier auch viele auf einmal Ja, sag ich ja, das geht dann ruckzuck Hm Hm Da ist noch ein bisschen mal ein Hund, boah Hier wird schon ein bisschen Mein Plus macht jetzt schon 79 Ich flitz schnell hoch und geb mein Geld aus Für Tomes Hauptsache ich werd schnell stärker und Warte, ich geb dir noch mal 20 Ist egal, ich bin schon unten Ach, ich bin zu spät Oh, oh Geht, kann man ein Rappetick Ich kann gleich meine Fähigkeit wieder machen Eigentlich ist es ganz cool, wenn ich umzingelt bin, weil es schießt ja nach unten, aber nimmt auch oben alle mit Ich glaub, da ist ne Runde unsichtbare dazwischen Alter, meine Fähigkeit kommt auch nicht mehr Aber es ärgert mich, jedes Mal wenn ich das mache, krieg ich ein Level ab, womit die Fähigkeit verstärkt worden wäre Sprich, dann wär ich deutlich effizienter gewesen Okay, jetzt sollten wir aber wieder nach oben Uah, langsam Mana Brand, tatsächlich Na gut, Mana brauche ich gerade nicht Ach, warte, ich kann mich doch hochbeamen Stimmt ja Äh, die Harpien, was ist denn das mit Mana Brand? Eigentlich dachte ich, es gab auch ne Oh, jetzt ist es definitiv nur eine unsichtbare Runde dazwischen, oder? Eigentlich dachte ich, es gab auch ne Ähm Ne Runde mit Geld Mit Bonus, ja Hier kommt nicht nur So, gleich können wir wieder beschwören So lange müssen wir nur überleben Ach, da kommt ne unsichtbare Runde, ja Obwohl die sich komisch auch oben auch wieder hättet Ah, die hängen da unten Wenn wir beschwören können, müssen wir oben gleich drauf Scheiße, 28 Durch die scheiß Harpien könnte ich meine Fähigkeit jetzt nicht mehr machen, wenn ich wollte Uuuuh, noch 16 Oh Gott Noch 10 Schnell hoch Ich mach recht, sie das Ich mach recht, sie das Nooo Jaja Du musst los, ja Ja, ich geh los Let's get ready to rumble Das ist die Originalkarte Die schafft man auch bald Gibt's ja kaum noch Ich schau mal rein Und geht schon los Schade, da kann ich gar nicht drauf Ich schau mal rein Ich geh um gesehen Meine Beute nahe Die Supporter gab's hier am Anfang auch noch nicht Aber... Die Schuhe Zum teleportieren Ach scheiße, aber mit der Evolution wird das nichts Ja, nen Turm haben wir auch noch nicht Wie nen Turm Ach ne doch, da drüben Andere Seite Das Ding halt Ich geh gleich nach links Ne, aber deswegen sterben wir jetzt Wegen der anderen Seite Bei der Monster langlaufen Achso Ist die Version zu alt oder was ist denn da? Nö, die Version ist neu Aber die ist scheinmal nicht für Solo-Play ausgelegt Ich würd sagen, sie ist sehr alt Sie sind nur wieder hochgeladen worden Da hat sich jetzt auf jeden Fall der Original-Verfasser gewesen Durchhalten tue ich eigentlich ganz gut Durchhalten tue ich eigentlich ganz gut Sein Ist doch gut Erstmal in One Schade Trotz Armoreduzierung krieg ich den nicht One-Hit Los, ich hab gleich Level gehabt Achso Da kriegt man ja gar keinen Du hast da ne Krabbe an denen Jetzt nicht mehr Sag mich halt, wenn nen Schild nachlässt Achso Dankeschön Schade Shit, ich wollte ja mal Oh, du hast einen durchgelassen Was? Ich hätte gerne mal geguckt noch vorher wie viel die Ach, ich renne zurück Wie viel die Tom's kosten, weil die Gegner verlieren gerade Leben 2000 Meine Beute nahe Für einen Ich wandere allein Bäm, wie sie hier alle reinlaufen Bäm, wie sie hier alle reinlaufen Bäm, wie sie hier alle reinlaufen Du hast du das Hier, gucke Den Golem, gerade schlafen wir jetzt schneller rein Ah, die Axt Mit Fangzähnen und Klauen Mit Fangzähnen und Klauen Auf der Pir Den Shop hier vorne, in der Mitte gibt's Ona nicht Entfesselt meine Kraft Shit, Mann, hatte ich mir momentan Tudum